Diese Website verwendet Cookies für Analysen, personalisierte Inhalte und Werbung. Indem Sie diese Website nutzen, erklären Sie sich mit dieser Verwendung einverstanden. Weitere Informationen Urheberrecht Getty Images Karnstanzin Siuchu L. agierte früher als Helfer von Christopher Frome. Der weißrussische Rad-Profi Karnstanzin Siuchu ist positiv auf das Dopingmittel-EPO getestet worden. Dies gab der Weltverband UCIM Mittwoch bekannt. Der frühere Sky-Team-Kollege der britischen Topstars Chris Frome und Geraint Thomas wurde demnach am 31. Juli bei einer Trainingskontrolle erwischt. Dem 36-Jährigen, der vorläufig suspendiert wurde, droht eine längere Sperre. Lesen Sie auch, mit Video, Kölner Rad hält Pollitt schwergestürzt. Er fährt trotzdem weiter Siuchu steht zurzeit beim Pro-Tour-Team Bahrain-Merida unter Vertrags. Von 2012 bis 2015 fuhr er bei Sky. Sein größter Erfolg war ein Etappensieg beim Giro 2009. Feedback an MSN senden Was können wir besser machen? Gesamtwertung für Website